so meine freunde vorab hier ist der der brodie ich mache jetzt hier zum allerersten mal und ich bin ja kein youtuber mache ich hier so ein reaction video das muss ich erstmal gucken was für sachen nicht hier am start habe um dieses video überhaupt machen zu können da habe ich mir so eine kleine webcam hier gegriffen dann habe ich mir so ein komisches richtmikro genommen das ist wahrscheinlich jetzt nicht so allererste sahne übrigens ist auch die halterung des mikrofons auch schon mal sehr besonderes der web aus prinzip tasse also web aus prinzip tasse als mikrofonständer und ja dann wollen wir mal und gucken uns das mal an was da phase gewesen ist bei schacht und wasabi die ja gekonnt versuchen dem brodie da ja zu ignorieren wenn er sagt ich hätte gern dialog da wollen wir mal gucken uns das mal an da reagiert der der bodi da mal drauf das thema das auch schwierig ist das letzte woche viel fahrt gewonnen hat ist das video allmann von cashmo cashmo ist ein rapper der aus frankfurt der in dem also wir müssen von vornherein schon sagen dass in diesem video oder podcast hier sich eine meinung über den bodi gebildet wird also man hat sich informiert und hat jetzt eine meinung über mich dann hätte die aber erst mal damit anfangen müssen euch überhaupt mal richtig über mich zu informieren bevor überhaupt ein podcast podcast raushaut denn der bodi kommt nicht aus frankfurt du kleiner schlauberger da ne schacht du kleiner lümmel der bodi der kommt aus ac genauer gesagt ost 5 zur stu also wie du da auf frankfurt kommst das zeigt auf jeden fall schon mal recherchierungstechnisch bist du da auf jeden fall eher auf der sonderschule unterwegs gewesen als in gehobenen kreisen das heißt du müsstest eigentlich die story hinter einem mann auch verstehen deswegen gucken wir jetzt mal ob sie die story auch verstanden ist auf rassismus gegen deutsche aufmerksam machen möchte in dem video dazu gibt es da diskriminierung gegen deutsche aufmerksam machen möchte wenn man als minderheit in einem blog oder auf dem freistunhof im knast da wo der ausländeranteil höher ist als deutschen anteil und nicht rassismus also diskriminierung rassismus das wort ist mal in einem interview gefallen was aber nichts mit dem song zu tun hat denn zeiget mir einen satz indem ich das wort rassismus rappe dann zum beispiel zu sehen deutschland fahren die auch über mercedes band so rübergezogen werden es sind deutsche zu sehen alle altersstufen und aller geschlechter denen der mund zugeklebt ist es ist zum beispiel auch ein fernseher zu sehen in dem eine hitler doku läuft soweit ich das erkennen konnte und dieser fernseher wird zerschlagen und dann gab es zu diesem ganzen song und so gab es vorher schon ein interview bei den kollegen von hiphop.de wo das auch schon so angerissen wurde nach dem video hat hiphop.de einen artikel geschrieben da gab es dann ziemlich viel auseinandersetzung zwischen allen beteiligten dann gab es auch noch mal ein statement von cashmo und ja ich wollte mal allgemein mit dir darüber sprechen was was hast du empfunden als du das video so das erste mal für dich gesehen hast da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt was die jule wasabi dazu zu sagen hat ja da freuen wir uns schon drauf was das orakel uns dazu berichten hat jule wasabi die wahrscheinlich jetzt auch natürlich den erfahrungsbericht aus ihrer harten zeit als die in der hut damit uns teilen möchte uns dann wahrscheinlich erklären wird wie das leben draußen so richtig läuft also ich habe so ein bisschen unterteilt in zwei bereiche und in dem einen bereich erzählt er von situationen in denen er beklaut wurde verraten wurde beleidigt wurde was absolut inakzeptabel für mich ist und natürlich perfektes ich erzähle von irgendwelchen sachen die wir die mir wohl widerfahren sind was natürlich absolut inakzeptabel ist interessant dass das inakzeptabel ist dass frau wasabi das dann hier entschieden hat dass das inakzeptabel ist dass ich das gewählt habe es tut mir leid es kommt nie wieder vor perfekter real talk für eine ungleichbehandlung in einem rap text und das ist auch überhaupt nicht das was ich ihm absprechen will oder was ich irgendwie kritisiere ich finde es super wichtig dass wenn einem sowas passiert dass man laut ist aufsteht und was sagt und nicht denkt ich muss mir sowas gefallen lassen das ist ein verhalten dass ich kein mensch gefallen lassen muss dann gibt es aber für mich so einen zweiten komplex und eine ebene die leider der anderen ebene so ein seine erklärung dafür und was ich schon schwierig finde ist also gerade im refra wo er sagt irgendwie ja unsere geschichte hat ist blutbehaftet aber was habe ich mit hitler zu tun er nennt diesen track allmann er zeigt irgendwie ein adler die deutschland flagge und ein schäferhund sorry also ich finde einfach dass der begriff allmann per se was mit hitler zu tun hat weil es dass ich finde dass der name allmann per se was mit hitler zu tun hat auf was für eine baumschule bist du denn gegangen allmann ist einfach das türkische wort für deutscher also wie also das müsstest du noch mal irgendwie gesondert erklären in dem nächsten podcast wie wie man das wort allmann mit hitler in verbindung bringen kann es sei denn du bringst generell wenn man es jetzt übersetzt deutscher mit hitler in verbindung ja bringt man aber ein deutscher hat auch andere hintergründe als nur hitler gibt auch schöne sachen in der geschichte unsere geschichte ist und wenn man deutsches und sagt man sorry ich bin 96 geboren ich habe ich kannte den ja gar nicht persönlich das ist ja nicht das problem es geht ja nicht darum dass du einen persönlichen bezug zu hitler hast aber in dem moment wurde in der schule lernst wie unsere geschichte aufgebaut ist was alles passiert ist finde ich kann man sich von dem nicht freimachen und sagen ja ich bin viel später geboren sorry ich bin irgendwie ich habe gar nichts mehr damit zu tun aber selbst den gedanken okay gut eben vielleicht ist es einfach eine junge generation die das nicht mehr richtig greifen kann die das in der schule lernt und sich denkt what the fuck was ich aber schwierig finde ist die bildsprache in dem video dass er eben nicht nur sagt was hat mich damit zu tun sondern während er das sagt ist hitler im fernseher zu sehen und er schlägt mit einem hammer dieses bild ein und zerstört dieses bild so dass der fernseher kaputt ist habe ich den fernseher kaputt gemacht mit dem hitler bild das tut mir aber leid das ist für mich ich kann es nicht anders deuten aber es klingt für mich so ein bisschen das sieht für mich so aus als würde man das bild kaputt machen wollen nicht mehr sehen und das finde ich jetzt finde ich einen großen fehler und ich glaube dass man das dass man immer die augen aufmachen sollte sich immer unsere geschichte ansehen sollte weil das unglaublich schlimm ist was da passiert ist und ich bin absolut deiner meinung ich finde auch dass man diese geschichte immer wieder aussehen sollte nur nicht 24 stunden auf jedem kanal im deutschen fernsehen seitdem ich denken kann um mir jeden tag damit irgendwie klar zu machen was für eine scheiß herkunft ich doch habe und ich dann besser immer schön in geduckter haltung unterwegs bin und ich dann also beziehungsweise man meine landsleute ist mir dann gleich tun und nicht deswegen dann auf dem freistuhlhof später auf der straße draußen der voll otto bin den man ja abziehen kann weil wir ja uns generell nicht mehr irgendwie so zu wehr setzen oder keine kämpfer natur mehr haben weil diese ganze propaganda uns das dann von schule von der schulzeit an schon irgendwie austrainiert so also das ist das aber ich habe schon viele interviews geführt so genervt den fernseher einzuschlagen das interpretiere ich nämlich daran wenn er sagt was habe ich denn mit hitler zu tun buch fernseher eingeschlagen hitler bild weg dann habe ich das gefühl da wird was gelöscht was nicht für mich jeden tag sichtbar sein sollte aber was auf jeden fall in jedem kopf sein sollte der hier in deutschland wandelt weil ist in jedem kopf drin machte keine sorgen also jeder weiß von der geschichte jeder weiß davon irgendwann ist hier am rappel ich weiß aber nicht was auf jeden fall hat es jeder auf dem schirm da brauchst du keine gedanken zu machen und das ist auch für jeden eine schlimme schlimme sache was davor gefallen ist nur man muss ja nicht übertreiben in der schule kann man das schön alles lehren aber neben neben dem man das lehrt soll man aber auch die positiven dinge mal lehren und nicht immer nur die negativen dinge über deutschland dass unsere geschichte ist das ist zumindest erst mal eines der probleme die ich sehe in diesem track also das haben viele genau auch so gesehen und haben cashmo auch gesagt und ich will darauf noch mal eingehen das haben viele überhaupt nicht so gesehen der song ist durchweg positiv gefeiert worden von menschen aus allen nationen also wenn man sich nur mal den like button ansieht dann sieht man ja was phase ist wenn man all die kommentare mal durch liest dann kamen dann irgendwelche vollsparkus von hiphop.de und haben mal versucht dem brudy dann schlechtes licht zu rücken was sie auch in der vergangenheit schon mal öfters mit irgendwelchen leuten gemacht haben weil mein 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 song oder meine ansicht der dinge dann vielleicht nicht in deren philosophie passt genauso wie sie anscheinend nicht in die philosophie von euch passt also der song hat kaum kritik bekommen wenn dann kamen irgendwelche leute von von der hiphop.de seite oder aus deren politisch aktiven umfeld oder jetzt auch wie bei euch beiden hier die ja sowieso sich als sehr sehr feige ratten herauskristallisiert haben weil wenn ich euch darauf auffordere aufgrund eures podcastes sich doch mal mit mir zusammenzusetzen wenn ihr schon wenn ihr euch schon über mich unterhaltet dann ist dann so eine falk schacht und so eine frau wasabi tun dann auf einmal so als würden die die nachrichten nicht bekommen stattdessen blockiert die einfach rein weil sie leute die bei euch kritisch kommentieren ne so also der song wird nur gefeiert jeder hat es ja gesehen die halbe rap scene hat den song gepusht und darauf kommt ihr einfach nicht klar aber damit müsst ihr klarkommen es ist genau das problem dieses songs und dieses videos dass das nämlich die tür aufmacht für rechte und neonazis die fühlen sich nämlich angesprochen dadurch und die fühlen sich abgeholt weil das die bilder und die sprache sind die sie selber auch nutzen dementsprechend ist ihnen das ziemlich nah und wenn man diese tür auf macht so da muss ich auch rein grätschen natürlich kann das sein erstens wie gesagt jeder weiß ja ich kein rassist bin und zweitens natürlich kann das sein dass die auch manche argumente wahrscheinlich gerne bringen die auch beim brudi irgendwie vorkommen das heißt aber doch jetzt nicht nur weil irgendwelche nazi sparkurs oder afd wähler irgendwelche argumente gebracht haben dass die jetzt quasi wie verbrannt sind dass die dinge nicht mehr sagen darf so weil er wird ja eine super taktik also alle sachen die irgendwann mal irgendeine nazi mal irgendwie erwähnt hat ein satz oder afd ist also für mich nicht mehr nutzbar weil wenn ich ihn dann jetzt noch mal erwähnen bin ich ja dann automatisch recken nazi so unterschiede die taktik dann also dann deswegen darf ich ja dann irgendwann gar nichts mehr sagen nur weil es könnte ja mal irgendeiner von der afd was ähnliches gesagt haben ihr sparkus alter das ist halt das problem wenn man sich gleichzeitig von diesen leuten distanzieren will weil das macht cashmo er macht es sowohl in seinem statement als auch am ende dieses songs dass er sich von rassisten und nazis distanziert er hat damit nichts am hut sagt er das problem ist aber eben genau dass wenn man es so macht wie die neonazis dass die sich einem sehr nahe fühlen weil was wollen neonazis und rechte sie wollen den fliegenschiss der geschichte wie sie das selber gerne nennen vergessen machen das soll weg und um mal eine antwort auf cashmo's frage zu geben aber also nur mal so nebenbei als ich also ich dachte immer für mich wie gesagt ich kenne mich ja nicht mit der nazis szene aus ich habe ich also ich würde jetzt denken dass die ja die geschichte eigentlich feiern also dass sie nicht weg haben wollen also so also würde ich jetzt mal behaupten weil die feiern doch die geschichte wieso sollten die dann die geschichte weg haben wollen ich will die geschichte weg haben weil für mich ist das eine dunkle vergangenheit aber für die ist doch eine super vergangenheit ich glaube die die ganzen nazis die ganze wahrscheinlich auch dann könnte man noch ein paar mehr dokus wahrscheinlich reinhauen jeden tag bei ntv und zdf info und wie die ganzen sender heißen ich denke mal die würden sich nicht beschweren das wäre ja für die das perfekte tagesprogramm was er mit hitler zu tun hat die antwort ist jeder deutsche hat was mit hitler zu tun das ist das das wollte uns nämlich einreden keiner von uns deutschland was mit hitler zu tun was für jeder hat was mit hitler zu tun hatte so was für ein schwachsinn das ist alles das sind es hat ja auch nicht jeder auf gar afghaner was mit osama bin laden zu tun so was hat wenn ich schwach sind denn deutschland ist das land was hitler erst möglich gemacht hat und wenn man österreich hat hitler möglich gemacht denn da ist er geboren meine freunde auch nicht vergessen selbst als deutscher ansieht dann hat man auch die verantwortung der deutschen wieder mit einhergeht und unsere verantwortung liegt darin dass genau das nie wieder passiert und deswegen können wir nicht zu lassen dass das wie ein fliegenschiss behandelt wird den man wegwischt das geht nicht wir müssen darüber reden wir müssen das aufarbeiten uns bewusst machen und genau wir können gerne darüber reden aber nicht hinterm rücken reden und keiner keiner würde jemals in diesem land zulassen dass sowas noch einmal geschieht wir sind ein sehr multikulturelles land wir stehen hier zusammen leben hier zusammen der bruder die raucht sich eine shisha oder geht es auch mal döner essen genauso essen manche gehen manche kumpels von mir mal mit hier zum sauerbraten palasten essen man lecker sauerbraten mit knödel auf deutschland style also hier ist auf jeden fall niemand daran interessiert dass ich diese vergangenheit doch einmal wiederholt und das wird es auch nicht nie im leben darauf achten dass es nicht noch mal vorkommt und das ist so dass auf jeden fall einer der problempunkte dieses songs also was für mich auf jeden fall auch noch ein anderer punkt war ist dieses verständnis er sagt ja so ein bisschen also wir haben noch ein weiteres bild ist mir total unangenehm aufgestoßen ist es auch total in diese kerbe schlägt und zwar dass er im refrein weiße menschen hinter sich stehen hat die einen zugeklebten mund haben dieser zugeklebte mund wirkt natürlich sehr wie dieses das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder in unserem land darf man ja gar nichts mehr sagen und das sind floskeln die sind die sind einfach schwierig das kann man so nicht sagen und wenn man die intention hat und sagt ich bin kein nazi ich bin nicht rechtsradikal dann darf man sich auf da muss man sich darüber bewusst sein was sind die instrumente und vehikel von nazis und rechtsradikalen um die nicht zu benutzen um die auch nicht mal ja das ist das ja dabei dann darf ich ja gar nichts mehr benutzen nur weil irgendwelche missgeburten von denen vielleicht auch muss ein satz benutzt haben so wie soll ich mich denn dann noch äußern soll ich zeichen mit meinen zähnen machen mit meinen oder mit meinen fingern irgendwelche muster und menschen irgendwie sowas versuchen soll ich ein bild malen wo ich dann meine meinung dann so zeige weil vielleicht ein nazi noch nie ein bild gemalt hat um eine meinung zu präsentieren was soll ich denn da machen meine gott was für eine logik aus versehen zu benutzen weil man kann nicht sagen ja ich sagte es zwar wie die überhaupt schon aussieht alter wie du aussiehst du fährt alter aber ich bin das ja nicht sondern man muss sich darüber bewusst sein in welcher ecke man steht wenn man solche bilder zeigt das wäre ein punkt noch aber was ich noch wirklich im verständnis im text total schlimm finde ist dass er so ein bisschen die rassistischen diskriminierungsmerkmale umdreht und die für sich verwenden will indem er eben sagt dass er aufgrund seiner hautfarbe so wo habe ich in dem song so wenn diese line findet wo habe ich in meinem song gewählt irgendwas von hauptfarbe dass ich mich aufgrund meiner hautfarbe diskriminiert fühle du musst auch den song zuhören ihr kleinen hetzer ihr seid schön einem die worte mund rum am drehen und scheiße am labern ich sage euch genau wie man das metaphor mäßig immer sagt ich erzähle dir wie es ist wenn du hier meine haut steckst wenn du als allemann im kenneck viertel aufwächst und nicht als allemann in deutschland und ich sage wenn du meine haut steckst und nicht in meiner hautfarbe steckst meine fresse alter also er sagt eigentlich das was menschen die rassismus in unserem land erleben und das sind per se keine deutschen wenn die sagen ich werde aufgrund meiner religion aufgrund meiner herkunft meiner hautfarbe diskriminiert dann kannst du das nicht einfach umdrehen und sagen ja aber ich bin deutscher und ich war die minderheit in meinem viertel und deswegen ist mir das passiert umgedreht ich will nicht sagen dass ihnen das nicht passiert ist ich habe ja gesagt ausgrenzung und diskriminierung ist das passiert kann jedem menschen passieren und das ist inakzeptabel aber hier von rassismus zu sprechen ist wo wo habe ich im song von rassismus gesprochen alter junge 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 einfach falsch weil es leben in deutschland zumindest 2019 lebten in deutschland 21,2 millionen menschen mit migrationshintergrund das entspricht etwa 26 prozent was bedeutet dass 74 prozent deutsche sind menschen die eine mehrheit darstellen die deutsche sind das ist ja aber nicht in den vierteln oder in den gegenden wo ich groß geworden bin vielleicht irgendwo da wo die ganzen reihenhäuser stehen aber damit hatte ich nichts zu tun gehabt also ich komme aus einer anderen welt und du bist einfach um das auch mal klarzustellen du bist einfach nur eine alte du bist so eine alte du warst nicht auf der straße du hast keine drogen verkauft und hast auch nicht mit zehn schon einen kiefer gebrochen gehabt du musstest dich nie im leben irgendwo mal durchboxen und zeigen alter dass du so gestandener mann bist du weißt eh gar nicht wovon du redest du hast gar keine ahnung davon so du willst hier irgendwas erzählen aber du hast gar keine ahnung davon du weißt ja gar nicht was straße ist ist jeder wenn ich an den augen gucke alter sehe ich schon dass du ein verwirrtes bonzenkind bist weißt du was aus einer schönen welt kommt hier schönen job ding dies das fernsehen radio radio ich hab doch gar keine ahnung alter vor allen dingen diese alte nicht alter tut aber nicht so alter seit wann seit wann ist irgendeine frau draußen und muss sich auf der straße behaupten so so ein schwachsinn was ihm da passiert ist da war er die minderheit in seiner welt aber was ich ihm ankreide ist dass er durch diese erfahrung auch was größeres schließt nicht nur ich mir ist das passiert ich rappe darüber und ich erzähle euch mal der track wäre für mich vollkommen okay wenn er darüber ich finde das ist ja wirklich ein problem das da ist von dem ja auch felix lobricht mal erzählt hat dass er er in der minderheit war dass er auf einer schule war wo eben der kleinste anteil deutsch war aber genau da muss diese erzählung aufhören das darf nicht in das über thema greifen ja mir ist rassismus passiert das ist ein falscher schluss den er auch ich habe nicht vor was ist muss ich nicht ziehen würde und ich glaube dass er sich da verrannt hat in eine richtung die ich nicht nur problematisch sondern inakzeptabel finde und wenn er sagt ich bin kein rassist und ich bin kein nazi dann finde ich es wichtig dass er sich sowas sagen lässt und sein wording und sein auftreten in die richtung verändert weil wenn er es wirklich nicht sein will dann ist ihm hier ein fehler unterlaufen er hat einen schluss gezogen aus einer erfahrung die schlimm ist die aber nicht der schluss bedeutet den er daraus gezogen hat jetzt haltet euch fest an die stelle kann ich mich noch erinnern haltet euch fest was die dame jetzt sagt haltet euch fest was die jetzt sagt was sie sich raus nimmt zu sagen und ich finde man muss ihn deswegen jetzt nicht canceln und sagen ja der ist wahrscheinlich doch rechts aber jetzt er muss sich das anhören und er muss sein wording in der hinsicht verändern weil wenn er das nicht tut dann ist er für mich in also das heißt wenn ich den song und meine aussagen des songs was die wahrheit war nicht revidieren bin ich ein nazi das heißt ich soll also ich sollte ich schreibe jetzt am besten den songnummer um dann lüge ich euch in dem song an damit ich bloß nicht zum nazi gemacht werde von frau wasabi wasabi hat dann entschieden wenn ich das so erzähle wie es wirklich gewesen ist dann bin ich ein nazi deswegen sollte ich dann noch mal meine einstellung darüber noch mal ändern oder ob ich mir sicher war ob ich das wirklich so meine und so gesagt haben wollte krass ich will mal zuerst noch darauf eingehen dass man ja nichts mehr sagen kann das argument finde ich sehr schwierig weil ich tagtäglich extrem rassistische antisemitische sexistische homophobe und allgemein diskriminierende aussagen höre lese überall und diese leute werden ja da musst du dich mal weniger auf naziseiten rumtreiben dann ließe das vielleicht auch nicht weil ich ließe so was nicht weil ich bin in solchen kreisen nicht unterwegs hier scheint ja irgendwie auf der suche dazu sein sowas zu finden also keine ahnung wo du dich darum treibst du kleiner schlingel dass du immer wieder so eine sachen da finden ist werden nicht bestraft ja im gegenteil organisationen die sowas machen werden dafür sogar in parlamente gewählt also man kann offensichtlich solche sachen sagen und bekommt sogar noch zustimmung und applaus dafür dementsprechend ist es verquer zu erzählen dass man ja nicht mehr sagen kann was man meint ich sehe das problem an einer anderen stelle und das hängt damit zusammen dass cash mode definitiv diskriminierung erlebt hat das heißt wenn du in dem viertel lebst wirst du so diskriminiert wie er das beschreibt er beschreibt er wird bei der polizei verfiffen wenn die zusammen dinger gedreht haben weil er ist halt der allmann es wird erzählt dass ein allmann sozusagen mit einer nicht weißen deutschen keine beziehung führen kann weil die sehr oft unterbrochen wird weil das nicht gewollt wird weil er allmann ist ja und dafür das wort rassismus zu wählen ist deshalb schwierig oder also wenn ihr die ganze zeit darüber diskutiert weil es um das wort rassismus geht dann ist der ganze podcast den ich gemacht habe komplett für den arsch denn dieses wort rassismus kommt nicht im song allmann vor das funktioniert nicht weil rassismus der begriff ist das wort in der definition bedeutet systematische unterdrückung und was bedeutet das jetzt konkret diskriminierung plus macht das dass wenn cash mode das viertel verlässt dann ist er deutscher er kriegt nicht den alltags rassismus ab in der u-bahn im supermarkt in der schule wo auch immer wie gesagt von rassismus hat keiner gesprochen aber auch wenn ich jetzt davon ausgehe wir reden jetzt so von diskriminierung dass wovon ich ja rede wenn ich aber meinen blog verlassen zu der zeit in dem ich den blog verlassen habe dann bekomme ich halt penner diskriminierung ab weil ich habe kein geld für tasche ich weiß ich kann zehn kilometer jetzt zu fuß gehen aus meiner ekelhaften lage und dann glaube ich einfach in so ein viertel rein wo nur häuser stehen wo alles wunderbar und wunderschön ist wenn ich aber ein loch in der in der tasche habe von meiner jeans und da ist kein einziger cent drin und vorne gucken mir die zehn aus den socken raus dann werde ich in dieser welt auch nicht akzeptiert dann ist das scheißegal ob ich ein deutscher bin oder nicht weil er wird auch geguckt wie sieht man aus wie ist man gekleidet woher kommt man was für einen abschluss hast du und so weiter und so weiter was hast du vorzuweisen was hast du vorher schon irgendwie gerissen also da erlebt dann sogar der deutsche wenn er broke as fuck es auch diskriminierung punkt aus feierabend und wie gesagt von rassismus hat keiner gesprochen aber auf jeden fall bin ich dann nicht der 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 wahldeutsche den die da gerne hätten er kriegt die möglichkeit zu bewerbungsgesprächen eingeladen zu werden weil sein name deutsches und eben nicht nicht deutsch gelesen wird er kriegt eine wohnung zur miete unproblematischer weil er deutscher ist das heißt wenn die schufa scheiße aussieht und ich habe mietschulden vorher gehabt er kriegt die wohnung genauso schlecht also der diskriminierung die er beschreibt sich entziehen während und das ist der entscheidende unterschied sich die nicht weißen deutschen in dem viertel dieser diskriminierung nicht entziehen können die sind das fürs leben und das ist etwas was uns rapper seit 40 jahren erzählen nehmen wir mal als beispiel nwa die haben eins ihrer alben n word for life genannt und das ist genau der faktor sie können sich der diskriminierung nicht entziehen weil es auf ihrer hautfarbe basiert auf ihrem äußeren dem sind sie immer ausgesetzt und und das ist der unterschied weswegen wir dieses wort rassismus brauchen um das zu definieren wie gesagt habe es nicht verwendet und das was er erlebt hat kann man als diskriminierung bezeichnen dankeschön dann habt ihr jetzt an dem punkt das gerne mal kurz verstanden wovon ich gewerbt habe anscheinend ja und darüber kann man auch reden und das ist für mich ein weiterer punkt wenn er darüber reden möchte dann aber wir können darüber reden habe ich aber verpasst also ich habe mir das ding noch nicht mal bis zum ende reingezogen du sagst hier klar können wir darüber reden aber ich habe doch ein paar mal jetzt angebot gemacht aber mal darüber reden wollen also die anscheinend wollte die auch nicht mit mir reden es kommt mir so vor als wenn ihr zwei nämlich denkt dass ihr was besseres seid und weil ich ja nur der penna rapper bin der aus der hut kommt werde ich doch von euch quasi diskriminiert weil ich bin ja eigentlich ich bin wahrscheinlich nicht auf eurem niveau ihr denkt dass er über mir steht von eurem niveau her also diskriminierte mich doch aufgrund meiner vergangenheit und meiner attitüde und meiner hut mentalität das könnte man doch da auch dann diskriminierung nennen weil wenn jetzt irgendein mega promi gestandener mann aus eurer welt mit euch ein gespräch führen wollen würde würde dir eben doch die möglichkeit zu einem gespräch geben nur mir der jetzt tausendmal euch schon aufgefordert hat sich mit mir mal an einen tisch zu setzen im podcast oder sonst wo mir wird ein gespräch verweigert ganz klarer fall von diskriminierung leider kommunikationstechnisch jetzt das problem dass alle auch wir darüber sprechen was daran falsch gekleidet ja diese dieses dieses thema ist falsch eingekleidet und darüber reden wir jetzt anstatt über das thema zu sprechen das heißt wir haben hier ein kommunikationsproblem das sehe ich aber auf vielen seiten da wird mit begriffen sehr viel um sich geworfen und dann wird halt auch sofort sehr stark angegriffen und das dann wiederum leute auch an die seite springen auch das haben wir gesehen das haben sich ja auch rapper solidarisiert und dann wird auch sehr stark angegriffen und das dann wiederum leute auch an die seite springen auch das haben wir gesehen das haben sich ja auch die gesagt haben ey ich verstehe was der sagt jetzt hört auf auf dem rumzuhacken der ist kein rassist und so weiter und so fort und auch hier ist so ein bisschen die frage ob diejenigen die ihm da an die seite gesprungen sind sich darüber bewusst sind dass eben sie ihrer hautfarbe auch nicht entfliehen können und das ist deshalb schon ein unterschied ist weil die sind an meine seite gesprungen weil die auch alle aus dem echten leben kommen weil die wissen dass was ich da erzählte aber die realität ist und da wir ja hier nur von diskriminierung sprechen und nicht von rassismus ist das ding ja eh schon sonnenklar ne ich habe auch verstanden was cashmo sagen möchte ja total ja das hat wahrscheinlich sogar eventuell jeder irgendwie verstanden ah das kann ich bestätigen es hat jeder verstanden nur ihr zwei sparkus nicht das ist eigentlich auch nicht das problem das empfindet er aber habe ich das gefühlt ne empfinde ich nicht da kommen einfach so zwei klugscheiße wie um die ecke und wollte mir erzählen ob das so gewesen ist in meinem leben oder nicht ne wenn wenn eine frau wasabi wie am anfang des podcasts auf einmal sagt so äh wenn ich davon berichte wäre das inakzeptabel und wenn ich nicht meine story quasi verändern würde und äh mich da mich da korrigiere ich dann für sie ein nazi und rassist wäre fühlt so dass er sich dafür angegriffen fühlt dass das dass man nicht versteht was er sagen will doch schon es ist nur leider falsch verpackt so ja wie jetzt denn sonst verpacken verpacken sollen also ich weiß nicht also ich habe doch ganz klare aussagen gemacht ja vor allem in dem moment wo wenn ich die stimme von der schon hören also wenn ich eine erregung hätte einen steifen hätte und die die stimmlage von ihr setzt ein da zieht sich mein intimbereich sogar in den bauch zurück so also das bewirkt die stimme bei mir aus dem rechten lager applaus kommt also wenn man sich die kommentarspalten ansieht dann ist es eben nicht nur so dass man sagt ja ok falsche wortwahl gewählt ok woran macht ihr aus dass meine kommentarspalten voller nazis wären kennt ihr jeden jeden der darunter kommentiert hat kennt ihr die alle woher kennt ihr die channels woher wisst ihr dass das nazis sind und aus dem rechten lager weil die eine deutschland flagge zeigen weil die deutschland flagge posten so woher wisst ihr dass das das rechte lager ist kann mal passieren sondern es gibt ja auch leute die wirklich eine andere gesinnung haben von der er sich abgrenzt die ihm trotzdem applaus geben man weiß natürlich klar das sind irgendwie verhaltensmuster die immer wieder gerade aus den lagern gesehen werden dass die versuchen kunst oder worte oder sätze zu instrumentalisieren und zu sagen ja ja der ist einer von uns aber schon der leiseste verdacht in diese richtung muss doch dazu führen dass man nochmal überdenkt was man gemacht hat und dafür steht das klebeband dafür steht das klebeband kann das irgendwie in der richtung falsch verstanden werden und ich glaube nicht dass also ich glaube das ist wichtig da noch mal zu sagen wirklich das dir und mir eh aber auch draußen viele menschen haben total verstanden was los ist und ich glaube auch tatsächlich dass er da ein problem angesprochen hat er hat einmal so eine zeile endlich ein stabiler deutscher der die wahrheit ausspricht ja wunderbar wie ihr kleinen sparkus immer nur auf diesen hiphop.de artikel das ist das nämlich und deswegen fick ich auf jeden fall hiphop.de weil hiphop.de hat einfach damals einen artikel verfasst jeder hat den song gefeiert die hat es abgefuckt und komischerweise hast du wasabi nicht einmal die kommentare gelesen weil du bedient sich einfach an diesem kommentar was hiphop.de nämlich geschrieben hat das heißt du hast du deine meinung über mein song einfach aufgrund eines hiphop.de artikels gemacht beide sogar ihr habt euch da weil warum nimmt dasselbe kommentar wir haben 8000 oder 9000 kommentare wieso ist es auf wieso ist es haar genau dasselbe kommentar und jetzt kommt was ist was ist rechts daran oder nazimäßig daran wenn wenn einer schreibt endlich ein stabiler deutscher der die wahrheit ausspricht das ist null rechts oder rassist so ich gehe hier im viertel oder sonst wo gibt es auch immer so stramme deutsche wo zum beispiel auch so die die ausländer oder sonst wäre sagen so bei dessen strammer deutscher oder der tritt war drauf so ist das dann auch rassistisch das ist einfach nur einer endlich stabiler deutscher die wahrheit ausspricht einer der stabil ist der sagt so ich sag meine meinung so und und die wahrheit was im block abgeht oder was hier und da halt abgeht so dass was hat das mit rechts und mit nazi zu tun alter allein dieser satz da ist eine wahrheit drin und es wäre super wichtig dass er das sagt was er da erlebt hat aber in dem moment wo er sagt ein stabiler deutscher der die wahrheit ausspricht damit zieht er das so groß dass ich mir denke naja es ist soll er schreiben ein ein kleiner ein kleiner gnome deutscher so weil ihr wollt nämlich ihr seid nämlich die ihr wollt nämlich gerne dass ein deutscher immer so ganz klein ist das ist der grund warum ich mich 20 mal schlagen musste während andere sich nur dreimal prügeln mussten genau wegen so leuten wie euch genau wegen so leuten wie euch weil man euch immer nur ohrfeige gegeben hat damals in der schule oder auf der straße da habt ihr direkt euer butterbrot abgegeben und deswegen dachte man dann als ich dann auch dieselbe straße entlang kommen dass ich auch so ein spaß die bin dann wollte man mir auch das butterbrot abziehen und dann sah die welt aber ganz anders auf einmal aus genau wegen so leuten wie euch deine realität die jetzt mal unabhängig von deiner herkunft so ist es deine realität die aber in dem moment natürlich einen faden beigeschmack bekommt wo du von einem stabilen deutschen sprichst der die wahrheit ausspricht weil die wahrheit impliziert für mich dass das jetzt die tatsache ist so ist die realität und ich glaube dass es mehr menschen gibt die das so wie er erlebt haben ich glaube aber trotzdem dass die realität in deutschland immer noch eine andere ist ja in ganz deutschland ist die realität eine andere wir reden aber ja hier von einer eigenen welt in dieser welt und das ist der blog und das der freischönenhof oder manch andere bezirke ich sehe noch zwei aspekte nummer eins ich würde vorschlagen vielleicht macht es fast noch schlimmer ich weiß es nicht aber es gibt ja auch andere begriffe die ich in diskussionen relativ selten höre die man vielleicht einführen sollte größer breiter um dafür eine spülfläche zu liefern es gibt zum beispiel den begriff des sozialrassismus das heißt eigentlich alle die in einem sozial schwachen brennpunkt leben sind betroffene von sozialrassismus sozialrassismus kann man auch klassismus nennen ja es ist ein eine eine klassendiskriminierung die da stattfindet nach der devise a guck mal der asi oder der hartz 4 empfänger oder die wollen eh nicht arbeiten oder die sind eh alle faul oder ja diese ganze schiene das ist sozialrassismus und von dem ist er definitiv auch betroffen also welchen eindruck welchen eindruck auf die ich gemacht habe als wäre ich ein harzer bin ich davon definitiv betroffen vom sozialrassismus ne ja alles klar vielleicht würde das helfen dass ein bisschen zu verdeutlichen dass es da unterschiede gibt das ist so eine sache die ich vorschlagen würde und die zweite sache ist dass man wirklich damit versuchen muss anders umzugehen erklärender verständnisvoller anstatt dem hot take komplett durchzudrehen weil was passiert er zieht sich zurück er verteidigt sich es verhärten sich einfach nur die fronten und mein eigentlich größtes problem besteht darin dass ja rechte und neonazis die interesse also die hätten ja interesse an cashmo die würden ihn ja mit offenen armen empfangen er sagt ja er will nicht aber die würden ihn mit offenen armen empfangen und wenn man nicht in an dieser stelle in den erklärenden dialog kommt und ihm das also wenn man ihm das jetzt nicht abnimmt wenn er das nicht ernst meinen würde dass er nicht rassistisch sein will ja dass er kein nazi sein will ja dann würde man ihn automatisch in die arme der rechten treiben und das wäre meiner meinung nach schlechter als zu versuchen da einen ruhigen dialog zu finden und die sachen auszuräumen und zu verdeutlichen was daran schwierig ist so das war das gespräch als hier zu sein zu den schlusssätzen was machst du eigentlich damit also ihr und hiphop.de und alle male ihr habt alle so oft von nazi oder sonst irgendwas gesprochen geschrieben und so dass ihr spackus doch eigentlich erst die nazis auf meinen song darauf aufmerksam gemacht habt statt die fernzuhalten habt ihr die doch darauf aufmerksam gemacht die haben so oft ihren namen gehört hat die gesagt haben hier hier wo sind wir was ist denn da los da muss ich mal angucken ihr habt ihr doch alle darauf aufmerksam gemacht werden wenn da irgendwelche gekommen sind die das feiern dies aber sobald sie den zweiten part hören eh nicht mehr feiern weil da sage ich ja wir stecken ja alle in einem selben boot warum haben wir streit wegen hautfarbe dann werden die schon wieder abgedampft aber die sind erstmal nur gekommen weil ihr die ja quasi schon gerufen habt mit eurer scheiße so und dann als nächstes da kommst du mir hier am ende mit man muss einen ruhigen dialog oder sonst was suchen um diese dinge aus dem weg zu räumen wer 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 ist denn so wer ist denn so wie fotzen hinter hinter einem bildschirm oder hinter mikrofon oder hinter einer tastatur und verstecken und kommt aus einem rattenloch nicht mehr raus das seid ihr beiden noch gewesen seit einer woche frage ich frage ich danach ob man mal in einen dialog geht weil ihr einfach irgendwelche sachen in den raum geworfen haben die nicht korrekt sind und die die von sich nichts hören lassen haben und sich schön verkrochen haben nachdem sie irgend so eine scheiße hier verzapft haben die davon reden dass ich von rassismus rappe obwohl dieses wort gar nicht drin vorkommt die davon reden dass ich rappe dass ich wegen aufgrund meiner hautfarbe diskriminiert werden würde obwohl ich rappe wenn du hier meine haut steckst was eine ganz andere bedeutung hat was man in ganz vielen dingen behauptet ihr seid doch die die davon reden dass wenn ich den song und meine aussagen da drin ich revidieren würde ich für euch dann ein nazi und rassist wäre was was nimmt was nimmt ihr euch daraus da sowas überhaupt zu sagen so also ihr seid doch hier die falschen schlangen und ihr seid die 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 rechten anziehen ganz einfach weil ihr die ganze zeit quasi die leute darauf aufmerksam macht hey hier ist was das könnte vielleicht für euch interessant sein also seid ihr einfach das problem so ihr seid ab wie auf jeden fall alles ratten für mich so ich nehme euch gar nicht ernst ich werde wie ich am anfang meiner promophase von 1998 gesagt habe ich werde alles dran geben mir geht es sehr sehr gut macht euch dann mal keine sorgen der brut ist finanziell sehr gut aufgestellt das heißt ich brauche nicht diese klicks und diese ganze streams in diese ganze scheiße was brauche ich nicht euer problem ist nämlich ich war ein typ ich kann ich kann mit nischen rap um die ecke das würde niemals ein universal oder irgendein großes major jetzt einfach mal so pushen da wusste man ja immer ah der kommt ja eh nicht hoch der hätte keine dicken vorschüsse was hat der bruder gemacht der bruder hat sein privates geld genommen einfach mal genauso viel geld in dieses album reingepusht wie ein majors machen würde aber aus meiner eigenen hosentasche und ohne kredite da ist der bruder auf einmal ganz groß geworden und soll ich euch was sagen ich verdiene sogar so gut geld dass ich demnächst ich würde jetzt alles darauf geben so welle zu machen um noch so erfolgreich zu werden nur um jeden einzelnen von euch eure karrieren zu ficken also falk schacht frau wasabi toxic mit hiphop.de wo bisher immer noch keine entschuldigung gekommen ist so wie sie angebracht wäre nur irgendwelche scheinheiligen erklärungen da also wie gesagt ihr seid auf jeden fall ich habe euch im visier ihr seid auf jeden fall fällig weil ich lasse mir auf jeden fall nicht von von irgendwelchen spaß ist irgendwas einreden was ich angeblich wäre was ich gar nicht bin wie gesagt die ganze community steht hinter mir jeder weiß bescheid was phase ist also denkt dran und bestellt euch die box 1998 kommt am 20 11 20 haut rein